Um dich zu einer Lehrveranstaltung anzumelden, musst du im TheokratsOnline-System eingeloggt sein. Entweder suchst du die Lehrveranstaltung über die TheokratsOnline-Suche auf oder du nutzt die Schaltflächen LV an Abmeldung bzw. Studienstatus auf deiner TheokratsOnline-Visitenkarte. Wenn du dir nicht sicher bist, wie die Lehrveranstaltung genau heißt, wähle am besten Studienstatus. Hier erhältst du eine Übersicht über dein Studium und deine Lehrveranstaltungen. Diese sind nach Semestern geordnet aufgelistet. In der farblich markierten Anmerkung zu einer Lehrveranstaltung kannst du schnell erkennen, zu welchen Lehrveranstaltungen du dich zum gegebenen Zeitpunkt anmelden kannst. Diese sind grün gekennzeichnet. Zur Anmeldung selbst kommst du durch Klick auf den grünen Punkt. Danach musst du noch dein Studium bestätigen, damit du letztlich auf die Schaltfläche Anmelden kommst. Sofern keine weitere Gruppeneinteilung vorgesehen ist, hast du mit der Anmeldung einen Fixplatz in der so bezeichneten Standardgruppe. Sind noch weitere Unterteilungen der Standardgruppe vorgesehen, dies kann zum Beispiel bei Übungen der Fall sein, so musst du dich auch noch für eine der Gruppen entscheiden. Eine Übersicht über alle Lehrveranstaltungen, zu denen du dich angemeldet hast, zeigt dir die Auswahl LV an Abmeldung deiner Theograd Online Visitenkarte. Ebenso im Bereich LV an Abmeldung kannst du über eine Suche deine Lehrveranstaltung finden. Um dich von einer Lehrveranstaltung wieder abzumelden, klicke auf den farbigen Punkt der entsprechenden Lehrveranstaltung und danach auf die Schaltfläche Abmelden. Um dich zu einer Prüfung einer Lehrveranstaltung anzumelden, klicke auf den grünen Punkt und danach auf die Schaltfläche Anmelden. Bestätige deine Anmeldung. Danach kannst du dir die Anmeldung optional auch ausdrucken. Über die Schaltfläche Prüfungs an Abmeldung auf deiner Theograd Online Visitenkarte kommst du zu einer Übersicht deiner angemeldeten Prüfungen. Ebenso kannst du dort über eine Suche weitere Lehrveranstaltungsprüfungen finden, zu denen du dich anmelden kannst. Um dich von einer Prüfung abzumelden, klicke die Schaltfläche Abmelden und bestätige deine Aktion. Untertitelung des ZDF für funk, 2017